Moin, Sprachwelten! Herzlich willkommen zu unserem ersten Video aus der Reihe Sprachwelten. Wir lesen regelmäßig zweisprachig vor. Heute auf Plattdeutsch. Schokokuchen auf Hawaii. Schokoladenkuchen auf Hawaii. Francesco, der Löwe, ist anders. Er ist der Einzige, der rot anläuft, wenn man ihn anspricht. Francesco ist der Einzige Löwe, der gerne Bauch tanzt. Und wenn er Pizza sieht, ist Francesco der Einzige, der lecker denkt. Er ist auch der Einzige, der träumt. Und erst recht der Einzige Löwe, der träumt. Hätte ich doch bloß eine Reise nach Hawaii gewonnen, dann könnte ich am Strand einen Schokokuchen genießen. Das wäre so schön und lecker. Er träumt und träumt. Da bemerkt Francesco gar nicht, dass sich sein geliebter Schal um seine Pfoten schlingt. Er stolpert und fällt hin. Francesco, der Löwe, ist anders. Er ist der Einzige, der rot anläuft, wenn man was zu ihm sagt. Francesco ist der Einzige Löwe, die mit Danzen gerne mit seinem Buch wackelt. Und wenn er Pizza sieht, ist Francesco der Einzige, der lecker denkt. Er ist auch der Einzige, der träumt. Und für wo die Einzige Löwe, der träumt. Oh, ich doch in Tour noch Hawaii wohnen. Da könnte ich an der Wunderkant in Schokoladen gucken genießen. Das wäre so schön und lecker. Er träumt und träumt. Und Francesco wurde gar nicht wies, dass sich sein Schal, den er so leifet, um seinen Pfoten schlingt. Er dümmelt und flüchtet hin. Als er aufsieht, lachen ihn alle aus. Francesco fühlt sich ganz allein. Nur eine Möwin, Annabelle, zieht ihn mitleidig an. Sie trabt zu Francesco und hilft ihm auf. Francesco denkt, Ach, was für bezaubernde Augen sie hat. So schickes Fell und eine sehr hübsche Nase. Außerdem ist Annabelle so nett und hilfsbereit. Wow, sie ist fantastisch. Was wirklich Besonderes. Ich würde so gerne mit ihr zusammen sein. Als sie wieder hochkippt, lachen ihm wohl und. Francesco fühlt sich ganz und grohr allein. Man bluts ein Löwenfruh, Annabelle, kippt ihm weghartig an. Sie löpt zu Francesco hin und hält ihm auf. Und gefüllt, Francesco denkt, Ach, was hält sie für wunderschöne Augen. Und so ihn nüdelig Fell und so ihn smuckig schnut. Und denn ist Annabelle noch so glier und gleit. Wow, sie ist wunderbar. Die ist echt besönnis. Ich wäre so gern mit Erbie einander sehen. Francesco träumt. Hätte ich doch bloß eine Reise für zwei nach Hawaii gewonnen. Dann könnte ich mit Annabelle am Strand einen Schokokuchen genießen. Das wäre so schön und lecker. Er träumt und träumt. Da bemerkt Francesco gar nicht, dass sie sein geliebter Schal um seine Pfoten schlickt. Er stolpert und fällt hin. Da merkt er plötzlich, Annabelle ist weg. Francesco fängt an zu weinen. Francesco träumt. Habe ich doch bloß in Tour für zwei nach Hawaii gewonnen. Wenn denn konnte ich mit Annabelle an dem Wokterkant einen Schokoladenkuchen genießen. Das wäre so schön und lecker. Er träumt und träumt. Und Francesco war gar nicht wies, dass sich sein Schal, den er so leifet, um sein Poten schlickt. Er träumt und flücht hin. Du warte, Bumspatz, wies. Annabelle ist futsch. Francesco feigt an zu blauen. Francesco weiß nicht, was er machen soll. Er ist verzweifelt und weiß nicht, wo Annabelle hingegangen ist. Er sucht unter jedem Stein, hinter jedem Busch und hinter jedem Baum. Aber er findet Annabelle nicht. Francesco zieht sich in seine Schlafhöhle zurück. Da kommt sein Freund Donnie, um ihn mit Schokokuchen und Pizza zu trösten. Donnie sagt, bestimmt ist Annabelle zum Wasserloch gegangen. Francesco weht nicht, was er machen soll. Er ist bedrüft und weht nicht, wo Annabelle hingegangen ist. Er sucht. Anna Elkens Ding und achter Elkens Druck und achter Elkens Bogen. Mann, hier findet Annabelle nicht. Francesco krabbelt in sein Slowblock. Nun, da kommt sein Freund Dolly. Die will ihm mit Schokoladenkuchen und Pizza beglöchern. Dolly sagt, fürf ist es Annabelle zu dem Wurderkuhl hingegangen. Francesco bekommt wieder Mut. Daher beschließt Francesco, zum Wasserloch zu gehen. Dolly verspricht, ich werde vom Baum neben dem Wasserloch alles beobachten. Ja, gerne. Und den Schokokuchen kann ich als Geschenk mitnehmen, meint Francesco und packt ihn gleich ein. Beide machen sich auf den Weg. Sie halten immer wieder Ausschau nach Annabelle. Da kann Francesco Annabelle sehen. Er springt vor Freude in die Luft. Dolly klettert auf den Baum. Und Francesco träumt. Hätte ich doch bloß eine Reise für zwei nach Hawaii gewonnen, dann könnte ich mit Annabelle am Strand einen Schokokuchen genießen. Das wäre so schön und lecker. Er träumt. und träumt. Da bemerkt Francesco gar nicht, dass es sein geliebter Schal um seine Pfoten schlingt. Er stolpert und fällt hin. Francescos Courage ist wieder da. Da mögt sich Francesco und geht zu den Vodacool. Dolly sagt im Toe, ich set mir auf den Baum neben den Vodacool und hab alles ins Oog. Das ist fein. Und die Schokoladenkuchen kann ich das Gift mitnehmen, sagt Francesco. und packt den Vorwurz in. Bei Muxik ob der Panna. Sie kiegt sich jüngers, weder noch allem Wälder. Doch kann Francesco Annabelle sehen, die juckt in der Luft voll Vergnügen. Dolly klettert auf den Baum. Francesco dröhnt. Dröhnt. Und dröhnt. Und dröhnt. Und dröhnt. Und Francesco war gar nicht wies, dass ich sie in Schal, den sie so leifert und sie in Poten schlägt. Hey, dümmelt. Und flüchtern. Und flüchtern. Francesco liegt auf dem Boden. Da bemerkt er Kobo. Was will der denn hier, dieser Angeber? denkt Francesco. Er meint immer, er sei der Stärkste und könnte alleine eine riesige Herde von Elefanten besiegen. Wieso ist der bloß Anführer geworden? Kobo ist dabei, seine schwarze Mähne zu kämmen. Schwarze Mähnen sind gerade total angesagt. Francesco denkt, Hätte ich doch bloß auch eine schwarze Mähne. Da wirft Kobo den Kamm weg und ruft. Annabelle! Francesco liegt auf der Ere. Da wird hey Kobo wie es. Was will ich hier denn her? Das ist ein Kohlhans, denkt Francesco. Er meint immer, dass er nicht stark ist und alle ihn viele, viele Elefanten mieten kann. Oh, warum ist er bloß spaß worden? Kobo ist da bei sich ein zwarte Haar zu kämmen. Zwarte Haar sind jetzt total in der Mood. Francesco denkt, wenn ich doch bloß auch zwarte Haar hätt. Das mit Kobo den Lufs Angel hin und krockiert. Annabelle! Francesco beginnt zu schwitzen. Er träumt. Annabelle entscheidet sich für Kobo nicht für mich. Kobo und Annabelle gewinnen eine Reise für zwei nach Hawaii. Beide genießen Strand. Genießen am Strand Schokokuchen. Er träumt und träumt und bewirbt gar nicht, dass es sein geliebter Schal um seine Pfoten schlingt. Er stolpert und fällt hin. Als er zurück zur wahren Welt gelangt, geht Kobo an ihm vorbei und nimmt Annabelle in den Arm. Francesco fängt an zu schweben. Er träumt. Annabelle sagt sich Kobo nicht mich. Kobo und Annabelle gewinnen ein Tour für zwei nach Hawaii. Beide genießen Schokolade und Kuchen an der Wader kann. Er träumt und träumt und wird gar nicht wirst, dass sich sein Schal in Isole fährt und sein Potenz legt. Er dümmelt und flücht hell. Asi nun wer da ob wogt, geht Kobo an ihm vorbei und umfährt Annabelle. So verzweifelt wie Francesco ist, rennt er weg. Francesco macht sich Sorgen. Was hab ich falsch gemacht? Da kommt Donnie und berichtet ihm. Francesco, Francesco, Annabelle hat Kovo weggeschickt. Danach laufen Donnie und Francesco zurück. Francesco ist betrüft und peist af. Francesco fragt sich, was Hike Anna smoken sollt. Da kommt Dolly und vertelt ihm, Francesco, Francesco, Annabelle hat Kovo in Wind schickt. Ach, dann loben Dolly und Francesco durch. Francesco hat wieder Mut gefasst. Dolly und Francesco rennen in Richtung Wasserloch. Sie suchen Annabelle. Francesco findet sie mit Kovo an der alten Hängebrücke. Francesco hat sie Courage durch. Dolly und Francesco paisen to the water cool hin. Sie sind Annabelle. Francesco findet er mit Kovo an der Ohne Bammelbrüch. Kovo der sonst anmutig und stark ist scheint traurig und wütend zu sein. Naja aber Annabelle hat ihn rein welches Schiff da ist man schon traurig. Francesco äh ups hier nicht Kovo der Annati smuck und bannig stark ist sich bedäuft und verrentet. Naja Mann Annabelle hätt mir auch just in Wind schickt da ist ihn sags bedrückt denkt sich Francesco mit eins stört Kovo in Gift und galt in Pal von der Bammelbrüch um Mann Francesco sieht das Annabelle ob die Bammelbrüch steigt. Francesco will zur Brücke rennen. Er bemerkt gar nicht dass sich sein geliebter Schal um seine Pfoten schlingt. Er stolpert. Sein Schal wickelt sich um den Pfosten der Brücke und Francesco fällt in die Tiefe. Er wird nur von seinem geliebten Schal gehalten. Francesco steht schweiß auf der Stirn. Da hört er ein Knacken und Annabelle schreien. Francesco fängt sie gerade noch auf. Donnie zieht beide hoch. Francesco sagt aber der Schokokuchen ist weg. Annabelle meint dann backen wir bei dir eben einen neuen. Francesco will just noch ob. Dolly trägt sei noch boh. Francesco sagt Mann der Schokoladen kuchen ist futsch. Annabelle meint dann backen wir uns glatt in Nuen wie die. In Francescos Höhle backen Francesco und Annabelle einen neuen Schokokuchen und dann träumen Francesco und Annabelle Hätten wir doch bloß eine Reise für zwei nach Hawaii gewonnen dann könnten wir am Strand einen Schokokuchen genießen das wäre so schön und lecker sie träumen und träumen sie bemerken gar nicht dass sich Francescos geliebter Schal um ihre Pfoten schlingt und dann stolpern sie in Francescos Lok backen Francesco und Annabelle in neuen Schokoladen Kuchen und dann dröhnen Francesco und Annabelle haben wir doch bloß ein Tour für zwei noch Hawaii denn denn können wie eine Vodac kann in Schokoladen Kuchen genießen das wäre so schön und lecker sie dröhnen und dröhnen sie waren gar nicht wie es dass sich die Schal den Francesco so leifet um ihre Pupen schlingt und dann dümmen sie das war Plattdeutsch